Guten Morgen! So, muss ich ausrollen, damit ich gleich wieder Platz im Inventar hab. Jaaa. Wahnsinn. Ich brauch sehr viel mehr. Ich brauch zumindest mal 5 mehr Holz. Mich ärgert das jetzt wahnsinnig, dass ich hier nur eine Kiste hab. So. Wetterbericht. Morgen ist auch ein wunderschöner sonniger Tag. Ja, super. Heute sind sie gut. Ob ich heute etwas extra glück. Das ist schön. Ich hab Post bekommen. Ich habe ein paar neue Gegenstände auf Lager. Eine Luxusangel und Köder, die du daran anbringen kannst. Du kannst Köder nutzen, damit Fische schneller anbeißen. Hoffentlich seh ich dich bald billy. Ok. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Die Kartoffeln sind auch fertig. Wie schön. Erntetag. Bester Tag. So. Mh. Goldene Kartoffeln. Können wir mal wegpacken. Mh. So. Und die Kartoffeln können wir auch wegpacken. Mh. So. Mh. So. Ja, dann können wir schon wieder gießen. Ne. Schön. Mh. So. Ja, ja. Dann gibts nochmal ein Sprinkler. Mh. 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 Wie viel war nochmal ein Iridium Sprinkler? 10.000? Mh. 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 Gut, das brauch ich auch erstmal. Bin auch Gänse am Anfang. Das dauert noch eine Weile. So. Mh. Mh. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich glaub ich brauch wirklich meine Gießkanne aus. Mh. Mh. So als erstes Dingens. Als eines der ersten Dinger. Mh. Mh. Also als erstes vielleicht mal imallt Miguelja mindestens einen Schritt aufbauen. Also das ist so wahnsinnig nervig. Da kannst du gar nichts machen. so. Was ist denn das da unten? Wie darf man auch so interessant aus? Oh mein Gott, oh mein Gott. Mh. Ich hab's gleich! Hä? Kein Passa? Heute ist Dienstag, das heißt heute kann man nochmal schön brav Samen einkaufen. Morgen geht's dann wieder nicht, weil morgen dann Ruhetag ist. Ja, immer dran denken, Mittwoch ist Ruhetag. So. Sehr schön. Echt. So. Gehen wir gleich mal nach Bord erst mal. Ah, ich weiß es nicht. Ich geh erstmal zu. Okay. Dann schau ich mal. Wir können auch gleich ins Community Center auch gehen. Oh, da geht's halt Blübchen. Das ist bestimmt eine andere Qualität, dann kann ich gleich wieder nach Hause gehen. Ne gut, passt. Ich dachte schon. Na so. So, ich gleich wieder nach Hause. Hau mal, holen wir uns noch ein paar Pastinaken. So. So. So viele Pastinaken. Ja, Wahnsinn. Können wir ihn ja nicht pflanzen. Aber ich will die goldenen Pastinaken. Aber ich will die goldenen Pastinaken. So. So. Wenn wir schon da sind, kann man auch die Kartoffel abgeben gehen. Das war ja glaube ich hier. So, hier. Hallo. Da. Ja. Nein. Doch, 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 doch. Hier. Da hab ich. Super. Hm. Ja gut. Das haben wir Kartoffeln auch schon mal abgegeben. Oh je, oh je. So viele Pastinaken. Hm. Ich glaube nach den Pastinaken sollte ich dann erstmal schauen. Warte, wo ist denn bitteschön? Nein, das ist Miko. Läuft da bestimmt irgendwo Lea auch rum, oder? Hm. Ich lauf immer komisch in der Gegend rum. Mal hier rumlaufen, mal da rumlaufen. Immer so richtig planlos in der Gegend rumlaufen. So. Na gut, hier war keine Lea. Vielleicht steht sie dort unten. Oh, ich muss nur mal kurz gucken. Ich möchte dir so gerne eine Frühlingszwiebel schenken. Ach Lea. Wo bist du denn? So wird das nix. Hm. Hm. Dann müssen wir später nochmal schauen. Hm. So. Ich wollte gerade sagen, ja, da ist nochmal Kupfer da. Gut, ich dachte schon. Oh. Oh, das sind Würmchen. Oh, das sind auch nochmal Würmchen. Ich muss mich sofort um die Würmer kümmern. Aber erstmal hier die Pastinaken reinpflanzen. So. So. Habe ich mal. Solange hier noch Platz ist. So. Brauchen wir mich nicht wieder extra hacken. Dann kostet's keine Energie. Ja. Ja. Ja, ich weiß, dass ich nicht genügend Wasser hab. Mob mich nicht spiel. So. Ich frag mich zwar, wie die jetzt da das Wasser reingekriegt hat, die Gießkanne, aber... welche Sachen soll man nicht unbedingt hinterfragen. So. Sehr schön. Mal hier. Ja. Ach. Zehn. Das heißt, ich ging gleich bis kurz runter. Ja. Und dann das da noch. Schön. Schön aufgegangen. Schön aufgegangen. Oh. Oh. Das muss ich dann noch gießen und dann haben wir keine Energie mehr. Schön. Super. Genau so hab ich's mir vorgestellt. Das geht noch. Das geht noch. Äh. Dann haben wir dann. Zehn Energie. So. Jetzt haben wir noch sieben. So. Lass mal gucken. Wir können doch bestimmt hier das hier weghacken. Das noch einmal hier, ne? Schön. Dann noch einmal das hier. Wieso ist man immer Tag jetzt wohl? Also. Mh. Mal kurz das wegbringen. Dann wird man das andere Verteidigung auch haben. Dann können wir das dann... Dann anders... Oh mein Gott. Platzmangel. Dann können wir das nämlich Gunter mal mitbringen. Ja. So. Hardcore Platzmangel. Wahnsinn. Mh. So. Der Tag ist eigentlich jetzt schon vorbei. Wann macht Gunter zu? Um 17 Uhr? Wir können mal kurz gucken. So. Blöd. Dass ich niemand mehr irgendwas einsammeln kann. Das ist saublöd. Den ganzen Tag versaut. Ah. Das nur, weil ich was anpflanzen wollte. Ja. Ich muss mich beeilen. Ah. So viele Leute. Und ich kann ihnen nichts schenken. Ich kann ihnen schon was schenken, aber... Ah. Ah. Wenn... Wenn Gunter jetzt noch da ist, dann schaut's gar nicht so schlecht aus. Aber wenn der jetzt nicht da ist, ist das uncool. Ja. Gunter ist noch da. Hallo. Guck mal. Ich hab was mitgebracht. Ah. Guck mal. Hier. Das hier. Und einmal... Skelettingens hier. Super. Gerne. Kein Problem. Ah. Oh. Oh mein Gott. So. Dann können wir jetzt tatsächlich runtergehen und nochmal kurz schon nochmal ein paar Muscheln mitnehmen können. Ah. Platz im Inventar. Oh mein Gott. Es ist zwar nicht so viel Platz im Inventar, aber es ist Platz im Inventar. So. Das hier auch. Sehr schön. Das hier auch. Ich hab gesehen, dass da ein Würmchen war. So. Ich glaube... Ich komm gleich nochmal hierher. Und schau mal, was da in die Würmchen... Was da drin ist. Ein Stück ein Stein oder so. Sehen wir gleich. Aber... Oh. Da ist Sam. Wir spielen ein paar Spielchen. Geh mal runter. Vielleicht ist hier zufälligerweise... Lea da. Ja. Ich geb's nicht auf. Leaaah. Ich hab eine Frühlingszwiebel für dich. Wo bist du? Leaaah. Da ist Lea. Oh mein Gott hier. Bitteschön Lea für dich. Guck mal. Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Bitteschön. Hallo Nachbar. Wir leben beide außerhalb der Stadt. Bedeutet das etwas? Aha. Äh. You know what that means. So. Ähm. Ja gut. Äh. Ich wollte dann mal kurz gucken, ob ich nochmal meine Muscheln wegmachen kann. Dann schauen wir doch nochmal, ob da vielleicht Neufüllungszwiebel gewachsen ist. Ja. Wie spannend. Das Gute daran ist, dass es mich keine Energie kostet, die zu ernten. Äh. So. Hm. Was hier? Ist auch schon da? Nö. Äh. Hat er hier irgendwas verkauft dann? Weiß nicht. Hm. Achso. Ja. Ich wollte nochmal kurz zum Strand... Ah. Ne. Ich wollte nicht zum Strand gehen. Weil wenn ich jetzt zum Strand gehe, das kostet mich mehr Energie, als es mich kosten sollte, glaube ich. Ne. Ich kann zum Strand gehen. Einmal hacken geht noch. Glaub ich zumindest. Kostet das zwei? Ich weiß es nicht. Ich glaub schon. Zwei oder drei. Hm. Ich bin so neugierig. Wer wüsste, was da jetzt drin ist. Ah. Da kann ich nicht mehr laufen. Da kann ich nicht mehr laufen. Da habe ich keine Energie vom Morgen. Das ist alles doof. Ah. Ich kann es nicht lassen. Ich muss einfach. Hm. Ich bin so. Mal schauen. Aber morgen sind womöglich die Würmchen weg. Das wäre voll uncool. Ja. Da. Würmchen. Hallo Würmchen. Ich bin so neugierig. Es war klar, dass da ein Stein drin ist. Aber ist noch ein Energie übrig. Ja. Das haben wir gut genutzt, die Energie. Mh. Mh. So. Gib mir ja fröhliche Zwiebel. Die können wir doch nur ernten. Ich baue mir sowas von meinem Inventar aus hier. Mhm. Aber ich sollte auch unbedingt Blumenkohl anpflanzen. Wenn ich wieder Geld habe. Ah. So viele Dinge die man tun soll. Hm. Oh. Da ist ein Meerrettich. Oh wie schön. So. Aber jetzt erstmal. Ich glaube da füllte Zwiebeln da. Oh da ist auch eine andere Blume. Nein. Es gibt so viele Sachen zu ernten. Oh. Da ist sehr viel. Hier. Scheiße. Ich zerstöre den Stein. So. Jetzt aber. Sehr schön. Und wir öffnen einen Stein. Hier kommt es wenig drauf an. Ups. Nein. Ich möchte keine Füllungstriebe essen. Gut. Hätten wir das auch schon, können wir nach Hause gehen. Können wir schlafen. Hä? Das ist aber ein kurzer Tag irgendwie. Äh? Das sind nur so 20 Minuten. Jetzt sind es 14 Minuten. Äh? Was ist los? Hm. Hm. Kurzer Tag. Hm. So. Echt. Ganz viele Frühlingszwiebeln. Ich kann die nicht verkaufen, wenn ich alle Lea schenken möchte. Ja. Und es passt absolut gar nichts mehr ins Inventar. Mein Leben hasst mich. Oh. Hm. Ich glaube ich kann die hier verkaufen. Ja. Ich kriege ein bisschen Geld. Ich habe einen Platz mehr. Ich kriege die mehrheitlich auch verkaufen. Warum doch nicht? So. Mal schauen, ob wir uns irgendwas verkaufen können. Hm. Sortieren. Die Narzisse behalten wir mal so. Vielleicht hat irgendwer anderes Geburtstag, der gerne mal... Ja. Weiß nicht. Dann haben wir hier Schwarzbarsch und Blaubarsch. Ich weiß nicht. Ich würde auch gerne verkaufen, aber eh. Die kann man verkaufen. So. Wenn ich den jetzt verkaufe, dann habe ich noch von den anderen zumindest einen, falls den irgendjemand haben möchte. So. Wunderbar. Auf ins Bett. Gute Nacht. Hoferbeistufe 2. Plus 1 Gießkannen-Effektivität. Plus 1 Hacken-Effektivität. Neues Hersteller-Rezept. Steinsaunt. Neues Hersteller-Rezept. 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 Neues Hersteller-Rezept.